Wie geht's Ihrem Sohn? Bestens, bestens. Immer noch bei der Marine? Ja, er ist Oberlottner zur See. Sie haben einen wahren Helden großgezogen. Und aus diesem Grund möchte ich ihm sagen, dass wir genauso viel für dieses Land tun wie er. Es ist kompliziert. Trumbo, die anderen, alle haben Verträge. Erbi, Sie haben diese Branche mit aufgebaut, genau wie ich. Wir werden nicht zusehen, wie diese miesen Versager Sie besudeln. Ich besitze hier ein Studio, Hedda. Aber denken Sie etwa, ich liebe jeden, der auf meiner Gehaltsliste steht? Werden Sie erwachsen. Also wie wär's denn, wenn ich meinen 35 Millionen Lesern klar vor Augen führe, wer eigentlich Hollywood regiert, aber diese Verräter nicht feuern will? Wie wär's, wenn ich Namen nenne? Echte Namen?